Hallo zusammen und herzlich willkommen bei der VfB Flachwitz Challenge. Heute mit Ginny, Zimbo und mir und jeder Menge schlechter Witze. Ich lese vor, meine beiden Kollegen haben den Mund voll mit Wasser und dürfen auf keinen Fall lachen. Warum kann ein Skelett schlecht lügen? Weil es so leicht zu durchschauend ist. Was steht auf dem Herd und ist geheim? Top Secret. Was ist eine Tüte mit Blaulicht? Eine Tatüte. Wer steht im Tor mit Wahnvorstellungen? Paranoia. Was sagt man über einen Spanner, der gestorben ist? Der ist weg vom Fenster. Das ist so eine Lache, ich bin so ehrlich. Wie heißt der vegetarische Bruder von Bruce Lee? Brokkoli. Was ist weiß und fliegt? Die Biene Mario. Ich habe gestern meinen Besen verkauft. I don't care. Wer wohnt im Dschungel und schummelt beim Spielen? Mogli. So, das war unser Flachwitz-Challenge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Der Ginny hat 4 zu 3 gewonnen. Wenn ihr noch weitere Flachwitze auf Lager habt, postet sie einfach unter die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 42